Hallihallo meine lieben Herzen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich die Look Fantastic Beauty Box von April für euch. Habe ich gestern bekommen und heute heute schon abdrehen, damit ich das Video heute hochlade oder morgen früh. Mal schauen und ihr könnt mir gerne schreiben, welche Uhrzeiten für euch am besten passt. Dann mache ich immer meine Videos so um die Zeit hoch. Lade ich hoch und dann könnt ihr viel Spaß haben mit meinen Videos, wenn ihr mein Video gerne schaut. Ich würde sagen wir fangen mal an und viel Spaß mit meinem Video. So einmal diesen Monat haben wir ganz schön in Lila und dann noch diese Orangen hier. Finde ich sehr schön diese Farbe. Ich mag gerne Lila und Frühlingsfarbe finde ich so. So wir machen den mal auf. Hello Spring, you missed you. Okay, aber die Woche jetzt war sehr schön, auch sehr frühlingshafte das Wetter bei uns. The Spring Edition. Ja, ich liebe Frühling, obwohl ich eher, ich bin ja im Mai geboren. Anstatt, ich sollte eigentlich im Sommer zur Welt kommen, aber wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schreibt es mir unten. Ich kann gerne ein Video dazu machen. Deshalb mag ich so gerne die Blumen, obwohl ich Sommer auch sehr gerne mag. Aber ich liebe alles mit Blumen. So einmal der. Wie gesagt, April 2020. Und so sieht der Box diesen Monat. Ich mache das immer kaputt. Bekomme ich das nie so gut hin. Sehr schöne Sachen drin, finde ich. Schaut mal. Die Sonne ist ein bisschen gerade weg, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich wollte nicht extra meine Softbox anmachen, weil es so schön hell draußen ist. Mal die Box. Die Sachen meine ich. Und jetzt machen wir. So. Einmal von Erno Lassi. Hidratation and Nourish. Eine Hidrat mit Cook. Ne. Moment. Steht alles auf Englisch. Naja. Muss ich selber hier schauen. Das ist fürs Gesicht. Genau. Der Calming Toner ist perfekt für die Sensitive Skin. Für trockene und sensible Haut. Ein Toner. Genau. Der kostet um die 6 Euro fast. Steht hier in Pounds. Irgendwas. Glaub so um die 6 Euro. So soll er kosten. Ich kann es kurz aufmachen. Ein Toner. Ja. Für sensible und trockene Haut. Nr. 1. Dann der zweite Produkt. Wow. Kaffee Scrub. Exfoliation. Exfoliation Scrub. Für geschmeidene Haut. Genau. Von Minatan. Bodyskin. Ist sehr fest. Konsistenz. Aber ja. So ein Kaffee Peeling. Das Gesicht. Finde ich sehr gut so was. Habe ich noch nie gehabt. Der kostet 10 Euro. 30 Gramm. Ampli all over face and body. Für das Gesicht und Body. In der Shower. In der Dusche kann man die machen. Okay. Und dann so reiben. So. Ja. Genau. Sehr gut. 10 Euro. Werde ich demnächst ausprobieren. Und dann im aufgebrauchten mehr davon berichten. Dann machen wir mit Produkt Nummer 3 weiter. Das ist von Amelio Ratte. Amelio Ratte. Okay. Body Lotion. Ein Body Lotion. Okay. Skincare. Dermatologisches getestet. 30 Milliliter drinne. Ich schau mal hier drin. Was da zusteht. So hier. Der kostet um die 4-5 Euro. Genau. Ein Body Lotion. Ein Body Lotion eben. Nichts Besonderes. Aber die Marke kenne ich gar nicht. So. Dann machen wir mit Produkt 4 weiter. Ein Pinzette. Für die Augenbrauen bestimmt. Von der Vitech Cosmetics Company. Von der Vitech Cosmetics Company. Okay. Sagt mir nichts. Äh. Ja. Genau. Der kostet um so 8-9 Euro. Steht hier. 8 Pound. Äh. Ja. Vitech Cosmetics Company. So sieht die aus. So. Dann vorletztes Produkt. Von Skincare wieder. Hatten wir schon oft das drinne. Eine Nutring and Brightening 2 in 1 Öl Sheet Mask. Step 1 und Step 2. Öl. Tü. Genau. Tü. Ja. Mit diesen kleinen Fläschchen. Ich glaube das ist Öl drinne. Genau. Ja. Kamelenöl. Und hier sieht man wie man das auch einfach aufmachen. Dann die Massage. Äh. Kamelenöl aufs Gesicht auftragen. Dann die Maske. Und dann äh. Muss man 15 Minuten warten. Und dann abnehmen. Ja. Das stimmt sehr toll. Das Haut. Für die Haut dann. Der kostet 10 Euro auch. Alleine die zwei kosten schon 20. Und ich bezahle jeden Monat 15 Euro. 50. Normal 19 Euro. Aber ich schreibe es euch alles unten. Ich habe ein Jahresabo abgeschlossen. Ja. Und letztes Produkt ist von Bella Pierre. So ein Cosmetics Blush Blossom Peach Eyeshadow Palette. Okay. Oh. Die sieht aber gut aus. Genau. Ich liebe die Farbe im Frühlings. Ja. Diese Peach. Hellere. So wie der Box. Die Farbe meine ich. Äh. Der kostet. Uiui. Fast 30 Euro. 30 Euro. Umgerechnet. Oh. Die ist ja schön. 30 Euro die Palette. Ist sehr schöne Farben drin. Wow. Nehme ich dann wenn ich verreise. Aber heute. Momentan ist nicht drin. Vielleicht. Wir wissen auch nicht ob wir im Sommer fliegen. Naja. Ist nicht leicht grad. Aber mit Geduld. Hat. Äh. Bekommt man alles in. Nehme. Ja. Ich liebe die Palette. Oh. Ist sie schön. Ist sie schön. So. Schaut mal. Sehr schöne Farben. Jetzt übrigens habt ihr. Sehr schön. 30 Euro kostet die von Bella Pierre. Auch zum Verreisen geeignet. Ja. Mein Lieben. Das war der feine Box. Ich finde die diesen Monat sehr schön. Uh. Und ja. Ich weiß nicht ob ich noch eine Verlosung mache. Aber heute. Äh. Jetzt. Zur Zeit. Kann man nicht zur Post. Oder sonst was. Und. Ich habe schon mein von letzten Monat. Äh. Musste ich die verlängern. Weil wir wissen nicht wann wir zum Post können. Oder dürfen. Und ja. Aber. Naja. Vielleicht. Äh. Mache ich in eine extra Box. Mache ich demnächst eine große Verlosung. Äh. Ja. Mache ich dann demnächst eine große Verlosung. Und dann mache ich von jedem Box so ein bisschen rein. Und ihr könnt euch schon freuen. Ein mega Verlosung bei mir. Von ein paar Boxen mische ich bei Produkten. Und dort machen wir so ein mega große Verlosung auf meinem Kanal. Freut euch drauf. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal schon jetzt abonnieren. Und dann kriegt ihr alle. Ähm. Und die Glocke noch aktivieren. So. Ja. Dann kriegt ihr alles mit. Wenn ich Videos hochladen. So. Ich werde versuchen diesen Video noch heute hochzuladen. Von meiner schönen Beauty Box. Von diesem Monat. April. Finde ich sehr schön. Und ja. Und ich sage jetzt Tschüss. Und auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. You know I'm so much so